Im Moment würden wir diese Patienten bei uns oder in den Krankenhäusern, wo es sonst auftritt, isolieren, auch wenn die gesund sind. Wie gefährlich ist eine Infektion mit dem aktuellen Coronavirus? Ganz genau können wir das noch nicht sagen. In einem entwickelten Land mit einem guten Gesundheitssystem gehen wir im Moment davon aus, dass es wirklich keine sehr gefährliche Erkrankung ist. Welche Symptome ruft das Virus hervor? Typischerweise ist es ein Infekt, der Atemwege, der tiefen Atemwege, das heißt vor allem Husten, gegebenenfalls begleitet von Atemnot. Was wir jetzt wissen ist, dass es auch Patienten gibt, die eine Durchfallerkrankung damit bekommen können. Kann sich der Erreger über das Verdauungssystem verbreiten? Das ist schwierig zu beantworten. Es handelt sich um ein behülltes Virus. Das ist in der Umwelt nicht so stabil wie zum Beispiel Noro- oder Adenoviren. Deswegen wird es sicherlich schlechter über Schmierinfektionen verbreitet. Aber ganz ausschließen kann man es zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gibt es Risikogruppen, für die der Erreger besonders gefährlich ist? Letztendlich die Risikogruppen, die bereits eine Schädigung der Lunge haben, sind natürlich gefährdet bei einer zusätzlichen Schädigung der Lunge durch ein Virus. Was ist mit Kindern? Das kann man im Moment nicht abschätzen, weil wir auch für die Zahlen aus China keine genauen Zahlen über die Altersgruppen, die beteiligt sind. Was wir aus China wissen ist, dass die Menschen, die dort an dem Virus verstorben sind, vornehmlich alte Menschen sind. Wir müssen davon ausgehen, dass dort auch Kinder infiziert sind. Deswegen ist es wahrscheinlich für Kinder kein besonders gefährliches Virus. Wie kann man sich vor einer Ansteckung schützen? Grundsätzlich sollte man sich zurzeit viel stärker vor der Grippe schützen als vor dem neuen Coronavirus. Aber die Maßnahmen sind die gleichen. Das heißt, der Aufenthalt in großen Menschenmassen mit Menschen, die an einem Atemwegsinfekt leiden, ist zu vermeiden. Wenn man in der Öffentlichkeit war und nach Hause kommt, sich die Hände waschen. Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie in Deutschland? Das kann man sicher noch nicht abschätzen. Die Reisetätigkeit ist heutzutage viel höher als bei der SARS-Epidemie damals. Es ist deshalb durchaus zu erwarten, dass wir weitere Einzelfälle hier in Deutschland sehen werden. Ob es sich weltweit noch stärker ausbreitet, werden wir in den nächsten Wochen besser abschätzen können. Im UKE werden Menschen mit Verdacht auf das Virus getestet. Wie läuft das ab? Wir nehmen von den Patienten Materialien ab. Wir versuchen ein tiefes Atemwegsmaterial und ein oberes Atemwegsmaterial. Das heißt, der Patient soll aus der Tiefe ein Sputum produzieren und ansonsten nehmen wir Rachenabstriche und tiefe Nasenabstriche. Dann machen wir eine molekularbiologische Methode, also eine PCR. Das ist ein Test, der nachdem wir das Material im Labor haben, etwa dreieinhalb bis vier Stunden dauert. Sollte sich der Verdacht bestätigen, was geschieht dann mit dem Patienten? Im Moment würden wir diese Patientin bei uns oder in den Krankenhäusern, wo es sonst auftritt, isolieren, auch wenn die gesund sind. Hier wird in den nächsten Tagen und Wochen die spannende Aufgabe sein, zu entscheiden, wann wir diese gefühlt gesunden Menschen tatsächlich wieder aus den Krankenhäusern herauslassen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wie werden die Patienten behandelt? Es kommt auf die Erkrankungsschwere an. Im Wesentlichen bei den Verläufen, wie wir sie hier in Deutschland sehen, ist bis jetzt, soweit ich weiß, maßgeblich symptomatisch behandelt worden, also Fiebersenkel der Mittel oder ähnliches. Es gibt theoretische Erwägungen, dass einige bereits auf dem Markt befindliche Medikamente gegen Viren, auch gegen dieses Virus möglich wären im Einsatz. Hier würden wir uns im Einzelfall mit einem Spezialisten-Team entscheiden, ob wir eine solche Therapie bei schwerem Verlauf einsetzen würden. Wie bewerten Sie die mediale Berichterstattung? Es ist leider, wie bei neuen Aspekten, immer eine sehr aufgeregte Berichterstattung. Ich habe bisher wenig Falsches gehört, aber teilweise wird die Gewichtung nicht korrekt gelegt. Beispielsweise ist der mittlere Wert der Sterblichkeit bei etwa zwei Prozent und dann wird immer betont, dass es in Wuhan noch höher ist. Es ist tatsächlich in Wuhan aktuell höher, aber der Wert von zwei Prozent kommt nur zustande, weil es außerhalb der Region Wuhan viel, viel niedriger ist. Wenn man es selber berechnet, kommt man bei unter 0,2 Prozent heraus. Das heißt, die Sterblichkeit, die gefühlte Sterblichkeit in Wuhan ist 15-fach höher als außerhalb von Wuhan, was möglicherweise daran liegt, dass man in dieser Region Hubei, Wuhan nur schwere Patienten überhaupt testen kann, weil man gar nicht die Laborkapazität hat, um leicht Erkrankte zu testen. Wie erleben Sie die Verunsicherung bei den Patienten? Es hält sich zum Glück noch im überschaubaren Rahmen. Allerdings kriegen wir sehr viele telefonische Anfragen, die wir dann auch versuchen, auf Behördenleitungen umzuleiten. Warum haben die Menschen Angst vor dem Coronavirus? Weil es ein neuer Aspekt ist und der Mensch hat Angst vor dem Unbekannten.